Die Idee von BEYOND ist die Verknüpfung von klassischer oder barocker Musik mit von uns neu komponiertem Jazz. Dowlands Lieder sind für mich deshalb so besonders, weil sie über den langen Zeitraum von über 400 Jahren ihre Kraft und Schönheit bewahrt haben und heute immer noch zu neuen Projekten inspirieren, wie wir heute hier versuchen. Der Ruf ist here to borrow, I'd say full life from me. Ich war schon von Anfang an sehr begeistert von der Idee, Dowlands Musik in die Jetztzeit zu holen, nicht nur anhand von Reharmonisierung oder anderweitiger Wiederverwendung der Melodien, sondern wirklich kompletter Neuvertonung der Texte. Ich selbst bin als Interpret im Ensemble BEYOND natürlich auch besonders gefordert, da wir in dieser kleinen Besetzung versuchen, möglichst viele klangliche Stilmittel zu verwenden und ich da auch große Freiheiten genieße, diese Stilmittel anzuwenden. Wir freuen uns sehr, dass wir in den letzten Tagen im Tonstudio Tesma Hannover unsere erste CD Beyond Dowland produzieren durften und sind sehr glücklich, jetzt die Ergebnisse zu teilen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017